Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und mal wieder zu was Feinem, also wie ich finde, einem der Highlights in diesem Jahr. Da haben wir ja schon einige gehabt und meistens kam dann irgendwann der Wermutstropfen in meiner Erklärung. Ja, der Preis, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Müssen wir hier auch ganz kurz, aber das können wir kurz machen, weil das ist preislich für Lego-Verhältnisse sogar ganz annehmbar, was wir hier haben. Doch der Reihe nach. Es begab sich im Jahre 2022, dass Lego nicht nur die Ideas-Stimmen ausgezählt hat, sondern auch drei Sets eine zweite Chance einrief oder einräumte. Man durfte abstimmen und am Ende aller Tage kam es dazu, dass das Wikingerdorf, The Viking Village, dann die meisten Stimmen bekam, beziehungsweise den Zuschlag. Und jetzt tatsächlich im Jahre 2023, am 1. Oktober, so sieht es zumindest aus, das Licht der Welt erblicken wird. Und was wir hier schon erblicken, ist ein, wie ich finde, sehr schönes Set. Wir zoomen mal ein bisschen ran und entdecken drei verschiedene Gebäude, die wir hier haben. Das ist zum einen die Schmiedewerkstatt, die ist auf der linken Seite. In der Mitte sehen Sie dann das Langhaus des Häuptlings. Und auf der rechten Seite, wir zoomen ein bisschen raus aus Gründen, nämlich den Wachtturm. Und wenn wir mal durchzählen, sehen wir vier Wikinger-Mini-Figuren. Dazu noch eine Menge Gedöns. Hier zum Beispiel was zum Trinken aus dem Fässchen. Ein paar Fische, die schon mal zum Trocknen ausgestellt sind. Wir sehen Tiere. Wir werden dann auch sehen, es gibt eine Funktion, um in der Schmiede ein wenig Feuer zu machen und so weiter und so fort. Also erst mal auf den ersten Blick und ich glaube, wenn wir gleich weiter gucken, ein auf den zweiten Blick auch sehr schönes Set. Man sehe nur zum Beispiel hier diese Hängebrücke. Man achte auf diese Dächer, die einfach so schön, einfach zwar, aber einfach auch wie so einfache Wikinger-Gebäude dann gestaltet sind. Und ich finde, das Ganze sieht auch deutlich schöner aus als das hier. Nun gut, da ist jetzt auch farblich das Ganze irgendwie nicht so richtig, kommt nicht so rüber. Wir entdecken aber links auch viel Ähnliches. Also auch hier haben wir, glaube ich, die Schmiede, so ein Langhaus und vor allem den Turm. Und aber, na gut, schön sattere Farben sehen wir da. Das dürfen wir jetzt nicht vergleichen. Also das ist der nämlich Echtentwurf, der Erstentwurf, beziehungsweise der, mit dem dann abgestimmt wurde von Brickhammer. Der hat das Ganze nämlich entworfen. So, dann gucken wir mal auf die Rückseite. Und bevor wir das tun, ich hatte ja noch versprochen, wir wollten kurz über den Preis reden. Da müssen wir natürlich auch über die Teile reden. Nämlich 2.103 Teile sind es. Das ist also mehr, als viele Modeler-Buildings teilweise haben. Und das kostet, wenn man es jetzt am Modeler-Building-Preis rechnen würde, wären wir da schon knapp an den 200 Euro. Es sind aber nur erstaunliche 140. Und das finde ich verblüffend. Und ja, vielleicht will Lego mal wieder in die andere Richtung was ausprobieren. Jetzt ist das dadurch nicht wirklich billig. Es sind natürlich auch viele kleinere Teile, wie wir hier sehen. Fliesen und so weiter. Hier diese Käsestückchen und und und. Aber es ist dann auch nur ein Teilepreis von 6,66 Cent. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das vielleicht sogar im freien Verkauf irgendwann mal noch billiger wird. Wobei billig, wie gesagt, also immer noch 140 Euro für Plastik ausgeben ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Nichtsdestotrotz. Also kann man hier, finde ich, zumindest für Lego-Verhältnisse, nicht komplett meckern. Und wenn ich es richtig sehe, wird es das, glaube ich, auch relativ schnell im freien Verkauf geben. Also ich sehe hier schon, zumindest auch bei BrickMerch, dass JB Spielwaren das Ding auch schon mit Rabatten hat. Ja, cool. Hier sehen wir übrigens auch coolerweise mal ein bisschen die Rahmendaten im Sinne der Ausprägungen der Breite und Höhe. Ne, wir sehen nur die Breite. 46 Zentimeter. Den Rest, den kann ich zumindest von der Webseite berichten. Es sollen nämlich ansonsten noch 24 Zentimeter Höhe und 26 Zentimeter Tiefe sein. Wir sehen, dass wir hier eine Menge öffnen können, nämlich die Dächer, um reinzugucken. Wir können auch eine Wand entfernen. Das sehen wir hier links, um da reinzugucken. Wir sehen hier Felsen. Finde ich auch cool gemacht. Und ja, ansonsten hier so diesen Holzbauweise. Also Rundelemente. Wir sehen ein paar Zimmerchen. Da wird Fleisch gebraut, beziehungsweise über dem Feuer gegrillt. Wir sehen hier in die Schmiede rein. Wir sehen auch eine Höhle. Also durchaus ein bisschen was zum Spielen auch dabei, beziehungsweise eigentlich natürlich zum Hinstellen. Also ich glaube, das wird schon eher sein, dass sich jetzt weniger Kinder wünschen. Ich weiß auch nicht, wie weit Kinder jetzt noch so an den Wikingern hängen. Für uns Norddeutsche ist Wikingerleben natürlich irgendwie, ja, also wir haben hier Haithabu, eine der Hauptstädte der Welt war das damals und insbesondere Wikinger. Gar nicht so weit weg, wo ich hier bin. Und das ist, vielleicht fühlt man sich, nein, fühlen wir uns jetzt wie echte Wikinger hier oben? Nicht wirklich. Aber nichtsdestotrotz fühlt man sich irgendwie mit den Wikingern leicht verbunden. Und deswegen schon per se finde ich es cool, dass wir ein Wikinger-Set haben. Wir sehen hier so ein bisschen auch oben in den Turm da rein. Wir sehen da Schilde. Wir fragen uns, was ist denn, ich glaube, die sind bedruckt. Wir fragen uns aber, was ist denn ansonsten hier noch so mit Aufklebern versehen? Es sieht tatsächlich so aus, also zumindest auch beim Ranzoomen und zumindest bei Stonewall stand es auch, dass sie das auch annehmen, dass es sich hierbei überall um bedruckte Teile handelt. Also auch, dass dieses Set wieder, wie wir es bei der Concorde ja auch schon hatten, nicht mit Stickern dabei gelegt sind, sondern wir Drücke haben. Also wieder der Traum, naja, also der Wunsch vieler erwachsener Lego-Fans sich hier auch, was das angeht, realisiert. Wäre cool, wenn sich so wirklich bestätigt. Dann gucken wir doch noch mal ein bisschen durch. Da sehen wir zwei von den vier Minifiguren. Hinten dieses Feuer, das wohl irgendwie entfacht werden kann. Hier nochmal dann auch das Gelage, das wir da haben und die Höhle, wo irgendwas abgebaut wird. Die vier Minifiguren. Schöne Minifiguren finde ich auch. Also auch hier so mit kleinem Schmiss hier an den Seiten. Also ja, nicht so 0815 Gesichter, indem man einfach noch irgendwie was Wikinger-mäßiges angezogen hat. Das passt auch. Also die finde ich schön. Hier sehen wir nochmal, wie sich alles da sozusagen gibt, wenn man es aufmacht. Wir können hier auch nochmal sehen, wo die Höhle da sich befindet. Da nämlich. Also cooles Teil. Und wir sehen auch, wir können das also dann auch in drei Teilen zerlegen, wenn es denn auf dem Tisch nicht passt. Und auch, wie es auf dem Tisch selber aussieht. Dazu am besten natürlich irgendwas mit Runen daneben legen. Dann passt es auch mit der Anrichte. Ja. Oder was gedrehtes aus, äh, was weiß ich da drüber da ist. Mal zumindest, also passt nicht wirklich in die, äh, Betonwüsten, die wir bei Lego manchmal auch haben. So. Jo. Also 1. Oktober. Ich bin, also glaube, das gefällt mir und ich will es mir eigentlich holen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe, dass nochmal dann auch in Haithabu, neben eine echte Wikinger-kleine Stadt, da ist tatsächlich auch noch was da, beziehungsweise was zu sehen, so wie es sein sollte, äh, das daneben zu stellen. Mal schauen. Wenn ich es schaffe, dann mache ich es an Ort und Stelle. Ansonsten ist es für mich auf jeden Fall eins, auch so optisch erstmal erstes Highlight wieder. Erstes, gut gesagt. Wir haben ja einige Highlights dieses Jahr. Was sagt ihr denn dazu? Also, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen und hören uns. Bis bald dann. Und tschüss.